Oh, 11 Zombies, 5 Food, 15 Ressourcen, oh, 11 Zombies, ey, oh, der hat den Knarer. Der scheiß fucking Knarer. Hm, ohne Spaß, nehmen die Farm aus. Nehmen sie aus, Juni, nehmen sie richtig hart aus. Sondern weil hier über die Farm war es nicht noch gar nichts, weil ich habe Schiss, dass die Zombiehorn hier gleich reinkommen. Er ist gleich fertig. Was kann man eigentlich hier im Park machen? Hand, was heißt Hand? Ich würde es mal mal sagen. Drei Flugbefüllen, nice. So, mal gucken, was haben wir hier? Das Hospital, laufen sechs Zombies rum, nimmst du ja einen Survivor. Kann ich mit dem Survivor hier, der hier ist, eigentlich irgendwie nicht interagieren oder so? No free houses. Oh. No free houses? Äh, hier, mach du mal hier Hand, wirst du mal, was ist. No free houses? Ah, jetzt, äh, dazu ist es also gut. Okay. Zwei Zombies sind hier wieder. Äh, wir müssen echt die, die Sachen in unserer Nähe hier, in, hier sind schon hier schon wieder zehn Zombies. Also mit ein paar Fliege. Wir müssen echt unsere Umgebung im Auge behalten, dass sich hier nicht, äh, so viele Zombiequanen bilden. Zwei Zombies, weißt du was? Die werden Zombies, die smacks die dir jetzt hier. Du machst das schon. Zwei Zombies, du hast ja irgendeine Waffen, wenn ich das eben richtig gesehen habe, die, die nimmst du dir jetzt. Boah, Alter, was ist er weg, ey? Was ist er weg? Found food, double found food, oh mein Gott, unsere Feute, die erhöhen sich. Boah, jetzt gibt's hier nix mehr außer Zombies. Workshop, zehn Zombies, boah, Alter, irgendwas. Hier war noch eine kleine Farm, die kannst du dir da mit dir mal angucken, was auch das Fernblast ist, das dürfte bei dir schneller gehen. Und du, äh, dich setzt mal hier überrat zum Verteidigen hin. Ah, dieser Zombi-Horde. So, Zombies killed, sehr gut. So, ohne Spaß, hier. Schäffe, Mr. Him. So, Reclaim 2. Ja, dat haben wir, hier komm. Du brauchst hier Barrikaden. Äh, du übernimmst zu lange das Ackern. Wir müssen das so einigen lücken, wir brauchen mehr Wohnäuser für mehr überleben, auf jeden Fall. Von Food, ganz. Sehr gut, jaja, sehr gut. Spotted Food. Boah, 15 Food. Scheiß, die Welt da. Ja, du garnest da, aber trotzdem mal gerne. Ob ich mich wohl ein bisschen weiter ausbreiten sollte, oder? Was ist das hier? Gustavs Coop. Gustav ist hier ja da. Ja, Gustav, aktuell geht's uns ziemlich gut. Wir haben uns erholt. Wir haben die Laos-Kriege überholt, Gustav. Schön, dass du gerade in die Polizei, äh, Gustav, wenn du gerade schon mal da bist, äh, da ist so eine scheiß, äh, Zombie-Worde, ne? Ja, da, ähm, kannst du ruhig einäumen. Wat? Gustavs Love, come on. Gustav möchte, dass wir, wat? Na ja, sie wollen es für so eine Asas. Wat? Na? Ach, du Scheiße. Hat der uns das hier Weiber angeschleppt? Pire the girls and take part. Pire the girls for si'anus. Hm. Tja. Zehn Food. Ich nehm die Mädels mal und, äh, die anderen können sich gerne mit den Mädels vergnügen. Wir haben ja da so ein paar richtige Schläger in der Truppe. Ja, komm, zack. Talk to the girls afterwards. Ja, komm, unterhalten wir uns noch mal nachher mit denen. Minus zehn Food. Wow, 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 wow. Wat? Zombie-Attack? Wie Zombie-Attack? Okay. From Burbs to Farm. Huh? Danger 2. Defense 6, damage 2. Attack 7, Defense 6. Oh, wir müssen da einen hinstellen, sonst haben wir einfach verkackt. Okay, die greifen die Farm da an. Coming soon. To Burbs. Okay. Attack 12, Defense 6. Oh, 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 oh. To Burbs. Defense 6. Okay, dat, da retten sie wieder an. Die, 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 die versuchen's wieder, die Schweine. Okay, warte mal. Ich muss das mal hart hier umsortieren. Ähm. Dat greifen die an. Du hast ne Waffe, ne? Du verteidigst die Farm. hier warte mal hier oben war mehr attack verteidigt das hier verteidigt die farm ja jetzt geht das gut nach unten das ist mir aber egal wir müssen ja strategisch verteidigen du tussi hilfst das mit zur verteidigung du gehst da oben da ist er gerade am bauen du übernissen wir das farm ein bisschen damit wir nicht ganz so viel verlieren gibt es auch irgendwie animationen ach ne stimmt stimmt zu den animationen muss ich was sagen die animationen wurden aktuell rausgenommen dadurch aus der beta also die angriffs animationen sind aktuell nicht verfügbar die kommen aber wieder haben wir schon angegriffen oder wir haben den angriff anscheinend abgehört und zwei prozent okay nein nein so dass sie die farben du wirst schlafen kann es sein dass der typisch nicht so gut fahren kann war ich nicht eben plus als zwei leute abfahren lassen du machst mal so und dann musst du wieder hinzufahren ah sehr gut okay zombie angriffe anscheinend abgehört das gefällt mir du bist gleich fertig mit dem bauen ich bin mal gespannt wann wir auf die anderen gruppen treffen ach du scheiße und jetzt ist da oben beim drive in 62 zombies oh mein gott ey wie viel defense hat das 16 ja gut das ist eigentlich okay ähm hier haben wir ja 1 zu weihra ne weh doch mal bitte mit dem vielleicht möchte der sich ja uns anschließen ich bin gerade mal bitte hier oben man weiß ja nie alter ich bin so warte mal hier ist ja wieder Gustav höchstpersönlich ich warte erstmal bis der hier da oben fettig gelabert hat ich hoffe Gustavs Leute bleiben noch so lange da ich würde den nämlich gern wieder zombie bei wat 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 hier stopp ich möchte gerade wieder runter stoppen ah das ist space für pause okay ah space für pause gut zu wissen aha unser Tosi wurde gebissen ach so nee ach so unsere Tosi isst gerade rohsfleisch und das macht sie natürlich sehr verdächtig und äh als sie sich auf einem zombiebiss untersuchen wollten hat sie abgelehnt sie ist natürlich auch in dem gebiet was öfters mal angegriffen wurde jetzt wo die zombies an die Tür geklopft haben aber nein mein Antivirenprogramm nein ja also dank für die Aktualisierung Antivirenprogramm aber jetzt ist gerade unzig wir können sie entweder unter Quarantäne stellen oder äh naja oh man 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 oh man